Hallo! Hallo! Auf in die Konditorei! Oh yeah! Sie treffen sich täglich um vier, drei nach drei. Oh yeah! Am Stammtisch im Eck in der Konditorei. Oh yeah! Und blasen zum Sturm auf das Kuchenbuffet. Auf Schwarzwälder, Kirsch und auf Sardubissé. Auf Früchte, Ananas, Kirsch und Banane. Aber bitte mit Zähnen. Sie schmatzen und schmatzen, dann holen sie sich. Oh oh oh! Oh yeah! Noch Butter, Kentorte und Bienenstie. Oh oh oh! Oh yeah! Sie pusten und pusten, falls es geht nicht mehr rein. Nur ein Mohr im Kopf höchstens, er in Ordnung muss sein. Bei Mathilde, Ottilie, Marie und Liliane. Aber bitte mit Zähnen. Und das Ende vom Lied hat wohl jeder geahnt. Oh 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 oh! Oh oh oh! Der Tod hat drei und sie dort abgesandt. Oh oh oh! Oh yeah! Die Hinterbliebenen fanden vor Schmerz keine Worte. Sag mal und Linser und Marzipan-Torte. Hinterletzte Liliane, wir treu noch zur Pfanne. Aber bitte mit Zähnen. Aber bitte mit Zähnen. Doch auch mit Liliane war es schließlich vorbei. Oh oh oh! Oh yeah! Sie kippte vom Stuhl in der Konditorei. Oh oh oh! Oh yeah! Auf dem Sackgaststattbremsen verzuckerte Taten. Und der Pfarrer begrub sie mit rügenden Worte. Dass der Herrgott den Weg in den Himmel gebannt. Aber bitte mit Zähnen. Aber bitte mit Zähnen. Bisschen mit Zähnen. Noch ein Täsken-Café. Aber bitte mit Zähnen. Noch ein kleines Bisschen. Außer büten mit Zähnen. Oder soll's vielleicht doch ein Keks sein? Bisschen mit Zähnen. Dankeschön. Ciao. 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 Aber bitte mit Zähne. Aber bitte mit Zähne.